Die Mannschaft ist ja für einen sehr wichtig, die unterstützen einen ja auch und vielen Jungs ist man ja gut befreundet und ist ja für mich auch wie eine zweite Familie. Alles in allem hat es sehr viel Spaß gemacht, ja. Jume! War cool. Ich habe ein Burger bei mir selbst gemacht, nicht zu oft. Ich komme immer hier.